Der nächste Halt ist Stendal. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Abstand zur Bahnsteigkante. Diese Fahrt endet hier. Bitte alle Fahrgäste aussteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Liebe Fahrgäste, die Hanseatische Eisenbahn begrüßt Sie recht herzlich. Der nächste Halt ist Stendal Vorbahnhof. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Abstand zur Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Der nächste Halt ist Bindfelde. Bedarfshalt. Bitte die Haltewunsch-Taste drücken. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Abstand zur Bahnsteigkante. Der nächste Halt ist Miltern. Bedarfshalt. Bitte die Haltewunsch-Taste drücken. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Abstand zur Bahnsteigkante. Der nächste Halt ist Tangermünde-West. Bedarfshalt. Bitte die Haltewunsch-Taste drücken. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Abstand zur Bahnsteigkante. Der nächste Halt ist Tangermünde. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Abstand zur Bahnsteigkante. Diese Fahrt endet hier. Bitte alle Fahrgäste aussteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Die Hanseatische Eisenbahn verabschiedet sich und wünscht Ihnen einen angenehmen Tag. Der nächste Halt ist Tangermünde-Wenn-Wenn-Wenn-Wenn-Wenn-Wenn-Wenn-Wenn-Wenn-Wenn-Wenn-Wenn-Wenn-Wenn. Untertitelung des ZDF, 2020